So, kleines Daily Channel Update. Ich habe hier soweit den halben Raum gestrichen. Den anderen halben Raum muss ich erst freiräumen. Geht aber erst, wenn ich die Regale aufgehangen habe. Hier habe ich schon eine kleine Arbeitsplatte gekauft. Die ist für meinen PC. Der wird hier in der Ecke stehen, wo ich dann die Videos schneiden kann und so weiter, ohne meiner Familie dann auf Keks zu gehen. Kann ich immer abends oder morgens da machen. Hier der Raum ist fertig gestrichen. Neue Lampe muss ich nur anbringen. Morgen früh Regale aufhängen. Das Problem ist, ich kann das immer erst machen, wenn ein kleines Bett ist. Und dann kann ich nicht buchen. Also kann ich keine Regale aufhängen oder eine neue Lampe an der Decke machen. Deswegen muss ich das Ganze machen, wenn er nicht da ist, ich aber zu Hause bin. Und das ist nur einen Tag in der Woche so. Deswegen die Bohrarbeiten mache ich morgen früh. Morgen habe ich frei. Und dann hänge ich endlich die Regale auf und komme hier auch mal ein, zwei Schritte weiter. Aber nichts des Trotz, nebenbei mache ich jetzt gleich ein neues Video. Ich mache eine kleine Kreidetafel. Das seht ihr dann hinterher als erstes Video auf dem Daddy-Channel. Da fange ich mal mit an. Ähm, ja. Und ansonsten sehen wir uns morgen früh, wenn der kleine Kindergarten ist und ich dann die Regale aufhängen kann. Also mache ich darüber, wenn ich es sage, dann gibt es gut. Und dann mache ich das, was ich sage. Und dann mache ich das, was du klar, das geht auch nicht. Und dann mache ich das, was erstmalig. Untertitelung des ZDF, 2020